Geht's jetzt los? Ich glaube ja! Herzlich willkommen hier heute aus dem Kulturzuhaush. Heute mit Tapir und Gordon. Herzlich willkommen! Wir haben euch heute eingeladen mit uns dabei zu sein auf der Suche nach dem Toilettenpapier. Ja, das hat ja so mancher die letzten Wochen vermisst. Ich erinnere nur mal an leere Regale, überall, wohin man sah. Ja wirklich! Ihr könnt euch nicht vorstellen, in welche Schwierigkeiten uns das gebracht hat. Aber zum Glück... Ja, zum Glück... Das zeige ich jetzt nur mal euch. Ja, hier... Wir haben noch was. Aber keinem verraten. Ja, denn das wurde ja wirklich zu einem wichtigen Alltagsgegenstand. Alle Welt wollte es plötzlich haben. Ähm... Warum eigentlich? Weiß nicht. Aber du warst doch auch ganz schön traurig, als wir es nicht mehr bekommen haben. Ja... Das stimmt. Aber warum denn, lieber Tapir? Ja... Das... Ähm... Das zeigen wir euch mal. Matsch ab! Ja! 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 Oh, oh, oh... Oh, la la. Oh, la la la, oh, ja, oh, la la la. Ja, genau, genau so war das. Das habe ich immer am liebsten gemacht mit dem Toilettenpapier. Richtig voll die Party. Ja, und dann war es alle. Und dann sitzt du da. Habt ihr vielleicht schon mal erlebt. Ist nicht so schön. Hier, das können wir euch ja auch mal zeigen, wie das dann aussieht. Mach's ab. Wo ist denn das Toilettenpapier? Tapir, da ist da kein Toilettenpapier mehr auf dem Klo. Ja, das war nicht schön. Nein, stimmt. Also, was lernen wir daraus? Horte kein Toilettenpapier. Es gibt auch andere neben dir, die es gut gebrauchen können. Genau. Bis zum nächsten Mal im Kulturzuhaus in Spandang. Bis zum nächsten Mal.